Hallo liebe Ulmer, wir sind heute hier am Orange Campus beim Tip-Off Event von Razeform Ulm. Heute Abend werden all unsere Partner eingeladen, einen gemeinsamen Abend zu verbringen und das neue Team etwas besser kennenzulernen. Beschreib doch mal das Gefühl, wenn du beim ersten Heimspiel in die Arena läufst und das Team auf Maincourt ziehst. Ja, es ist das Gefühl, auf das wir seit einem Vierteljahr warten und endlich mal wieder eskalieren können und die Jungs wieder aktiv sehen. Extreme Freude, ich freue mich in dem Moment auf die Saison und wenn es dann losgeht, ist wirklich Gänsehaut, ist schön und macht einfach unglaubliche Freude. Das Gefühl ist überwältigend und vor allem in der Arena, wenn man dieses Ulmer, Ulmer hört, das ist sehr schön, ich glaube, das ist das, genau. Das ist einfach die Vorfreude auf die Saison und man ist einfach glücklich, dass es endlich wieder losgeht und dass Ulm einfach diese Saison wieder richtig gut performt. Richtig was fühlen werde ich bei der Vorstellung der Mannschaft, wenn 6.000 Leute abgehen und wahrscheinlich am lautesten grüllen, wenn Tom in die Halle kommt. Und richtig was fühlen werde ich auch beim Sprungball, weil dann geht es wieder los. Boah, Heimat! Ja, es ist schön, wie gesagt, es ist immer eine geile Stimmung in der Halle, immer voll. Gute Energie und Spannung und Freude, dass die Saison losgeht. Wir sind ja immer mal wieder da und es macht einfach immer Spaß zuzuschauen. Gute Energie und Spannung und Freude, dass die Saison losgeht. Gute Energie und Spannung und Freude, dass die Saison losgeht. Gute Energie und Spannung und Freude, dass die Saison losgeht. Gute Energie und Spannung und Freude, dass die Saison losgeht. Gute Energie und Spannung und Freude, dass die Saison losgeht. Gute Energie und Spannung und Freude. Gute Energie und Spannung und Freude, dass die Saison losgeht. Gute Energie und Spannung und Freude. Gute Energie und Spannung und Freude, dass die Saison losgeht. Gute Energie und Spannung und Freude. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.